Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft in der endlosen Weite. Mit Schafen. Was machen wir hier in der großen Welt? Ganz einfach, wir stellen jetzt mal die Musik ein, so dass man sie hört. Ich denke mal, das ist okay. Ich habe den Ton meines Mikrofons. Mikrofon. Ich glaube, ich sollte meine Zunge vergessen. Ich glaube, die knote ich immer wieder ein. Spiel ist so dunkel, oder kommt mir das nur so vor? Besser. Auch ein anderes Texturenpaket. Übrigens frohes neues Jahr. Und hingegen meines Aufnahmeverbots nehme ich hier doch nochmal auf, weil ich Bock drauf habe. Aber ich habe vergessen, dass ich hier vollkommen in der Pampa bin. Wir haben ja eigentlich auch alles, um neu anzufangen. Ja, wir bauen noch nichts. Eigentlich brauche ich auch nicht springen. Eigentlich kann ich auch ohne Brille spielen. Und ja, ohne Brille sieht man viel mehr. Vor allem, da die Brille total zugeschmuddelt ist. Boah, jetzt sehe ich überhaupt gar nichts mehr. Ich glaube, ich sollte mal in Full HD aufnehmen. Das geht gar nicht, ich sehe überhaupt nichts. Ich habe übrigens versucht, Minecraft zu updaten. Funktioniert denn nicht? Vielleicht hat einer von euch ja eine Lösung, wie man Minecraft richtig updatet. Ich weiß es nämlich nicht. Wie gesagt, also neues Texturenpaket. Darauf spiele ich immer... Boah, boah, boah. Spiele ich im Moment jedenfalls. Hm. Ja, 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 ja. Alter, ist das... Das ist eine Welt. Ich habe echt Bock, neu anzufangen. Neu anfangen wäre schmerzhaft. Kohle, 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 Kohle. Ich weiß, man hört irgendwas. Wie schön eine Plastikflasche immer hin und her flitschen kann. Dam, dam, da, 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 da. Mist, hat nicht funktioniert. Okay, ich wollte eigentlich losfliegen. Aber... Ach, die Tassatur war zu weit rechts. Ich konnte die Tasse nicht berühren. Ah ja, ich brauche ja nicht springen. Ich vergesse immer. Ich drücke immer so gerne die Spring-Taste. Spring, spring, spring. Hm. Dum, 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 dum. Hm, guck mal. A, C, F, E, E, B, P, T. Aha. Was sollen mir die ganzen Zahlen überhaupt sagen? Hm. Obst, was läuft. Speicher konnte ich übrigens auch nicht mehr, Java konnte ich übrigens auch nicht mehr, Speicher zuweisen. Weil dann stürzt es ab. Aber ich glaube, ich weiß, ich glaube, ich weiß, cooler Tümpel. Aber ich glaube, ich weiß übrigens, wie ich den, wie ich das herausfinden kann. Wie man das umändern kann. Und irgendwann wird sich auch dahinten die Welt geladen haben. Dum, 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 dum. Das reicht mir. Weil eigentlich auch mehr Mods drin haben. So eine Special Mods. Ich finde das teilweise so bei einigen recht praktisch und nützliche Dinge. Oh ja. Da zieht's. Da zieht's. Oh ja. Knurrt's. Direkt hier drunter. Okay. Ja, schaut mal weiter. Das wird keiner hören. Schweine. So viele Schweine. Wee. Platsch. Ich bin gespannt, wo mich das Ganze noch hin, hin führt. Oder wo mich das... Ah, ah, ah. Seht ihr den? Alter, die sind ja kaum zu sehr in die Dinger. Hey, guck mal, Alter. Ja, gerade im Dschungel ist es ziemlich gefährlich, aber das war zum Glück der eine. Warum ist die Musik eigentlich in der Playlist? War schon besser. So, manchmal frage ich mich, warum solche Musik in der Target-Playlist drin hockt. Oder generell in der Oberflächen-Playlist. Target-Playlist ist ja nicht direkt Dauer-Playlist. Habe ich ein Boot? Ich habe kein Boot. Interessant, bin ich also permanent über Pantora gelaufen? Was ist denn das? Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Jetzt sind die Stechen da oben zu krammen, Alter ich komm nicht mal hoch. Das wär fast schiefgegangen, ich glaub ich unterlasse das Leber. Boah, ist das ein riesiger Berg, ich glaub wir sind mehr Richtung Süden, ne, kann das sein? Ich finde es wird Zeit zurückzukehren, ich weiß auch nicht warum ich es geplant hab hier längst zu gehen und dann können wir mal einen Neustart planen, sprich wir gehen in eine andere Welt, zumal wir auch Smaragde brauchen, die haben wir nämlich nicht. Es wird auch bald dunkel, deswegen sollte ich mich doch tatsächlich mal ein bisschen beeilen wieder zurückzulaufen. Zack. Ja ich kann nur nachts schlafen. Okay. Ich glaub das machen wir mal, wir machen einfach mal so nen Versuch. Dazu muss ich übrigens alle meine Sachen loswerden. Dann machen wir Neustart. 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 Dtundundundundundundundundundunduncom... hole 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 Ich könnt auch die U-Bahn neu bauen, na lange nicht meine U-Bahn. Sprich nicht neubauen sondern verbessern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich seh nix. Äh, okay. Ich glaube, das miese Paket ist verbuggt, ich glaube, äh, Quatsch hier, das, das, wie heißt das? Das ist mein Krafttexturenpaket, vielleicht soll ich es neu runterladen. Habe ich ne alte Version hier drauf? Merkwürdig eigentlich, aber okay. Ich hab übrigens mal wieder Inspirationen gesucht und werde mir deswegen auch mal das Gronk LP mal wieder anschauen. Einfach nur, damit dieses LP vielleicht ein bisschen spannender wird und ich nicht so planlos herumlaufe. So komme ich vielleicht auch noch an bessere Ideen und ich habe sogar eine Idee, die U-Bahn, das ist in einer der aktuelleren Folgen, wie komme ich jetzt wieder runter? Gar nicht. Ähm, von ihm. Dass ich die U-Bahn einfach stärker baue. Hallo, du Scheißviech, hau mal ab. Rennt mir einfach für die Flinte. Na, also mit Stärke bauen meine ich natürlich... War hier nicht gerade Kohle? Also mit breiter bauen meine ich eigentlich. Sprich, einen Punkt links und einen Punkt Block rechts noch setzen. Das Ganze machen wir natürlich dann noch mit schönen Verzierungen und so. Vielleicht sogar vier Blöcke, muss ich mal schauen. Ich weiß, dass wir nämlich durch viele Höhlen gegangen sind und durch Mien. Das wird ewig dauern. Und wir haben keine Luft zum Singen. So. In welche Richtung muss ich gehen? Ich kann das Haus von hier aus sehen. Aua. Alter Schwede. Aua. Das nenne ich heftig. Ich glaube, wenn ich jede Kohle mitnehme, dann dauert es ewig. Ich glaube, ich unterlasse das mal. Wir haben ja sowieso genug Kohle auf der anderen Seite. Anders wäre es, wenn ich Eisen finde oder sowas. Hm. Alter, kommt einfach so Lava aus dem Becken raus. Wie geil ist das denn? Okay, ich denke mal, ich gehe mal hier entlang über die Wüste. Da komme ich sicherlich einfach nach Hause. Hm. All der Extreme Hits, das ist der Wahnsinn. Dumm, 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 dumm. Mir ist übrigens darauf aufgefallen, während es... Ja, schon wieder diese Scheißflasche auf der rechten Seite. Ähm. Du Flasche. Ne. Ähm. Mir ist übrigens aufgefallen, dass einige Videos, beziehungsweise zumindest einer von Grong's Minecraft LP an der Spitze von einem Content-Treffer-Bit legt wurde. Den kann man in Deutschland nicht sehen. Der hat einen Block. Ich habe ja selbst solche Videos im Moment. Bioshark. Ähm. Da versuche ich die noch umzusetzen, dass sie wieder keine Blockierung haben. Dazu muss ich die runterladen und die Audiospur schneiden oder die aus dem Archiv holen. Was übrigens ein bisschen aufwendig ist. Weil das Archiv von Bioshark ist übrigens ähm auf CDs gebrannt. Oder DVDs vielmehr und das ist ein bisschen lästig. Die jeweiligen Part raus zu suchen. Ne. Und das nervt so ein bisschen. Ja, bei mir könnte er sicher sein, wenn ich einen Minecraft-Part sehe, der von Content-Treffer berufen ist, da versuche ich den natürlich so gut es geht ähm Content frei zu kriegen. Deswegen balle ich auch die Musik-Titel raus, die Content-Treffer bewerben. So, hier auf dem Blatt Rose machen wir mal Schluss, ne. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.